Chemische Reaktionen sind Stoffumwandlungen. Ein solcher Vorgang, oder was unser Auge davon erfasst, ist auch die Summe dessen, was sich in diesem Augenblick in atomaren Dimensionen abspielt, nämlich Umordnungen von Atomen und Elektronen. Diese Bilder, liebe Zuschauer, stehen am Anfang eines neuen und zwar des dritten Abschnittes unseres ZDF-Studienprogramms Chemie. Und es drückt sich in Ihnen bereits der Leitgedanke aus, der die 13 Sendungen dieses Abschnittes durchzieht. Was bewirkt und was bestimmt eigentlich den Ablauf chemischer Reaktionen? Doch darüber gleich mehr. Es werden heute etliche unter Ihnen diesen Sendungen zum ersten Mal begegnen und deshalb vielleicht fürchten, keinen Anschluss mehr zu finden. Es sind ja zwei Abschnitte bereits vorangegangen. Nun, diese Furcht ist unbegründet, denn wir haben ein einfaches Konzept, nämlich in jedem Abschnitt die gesamte Chemie unter jeweils einem ganz bestimmten Blickwinkel neu zu betrachten. Um chemische Vorgänge als Umwandlung von Stoffen begreifen zu können, hatten wir uns zunächst den Stoffen selbst zugewandt, das heißt, wir hatten den Aufbau der Materie zu ergründen versucht. Alle Materie besteht aus Atomen, die als Folge elektrischer Kräfte zusammenhalten und so bestimmte Strukturen aufbauen. Wie die atomaren Bausteine angeordnet sind, jeder von ihnen ist übrigens nur etwa ein Zehnmillionstel Millimeter groß, das prägt in oft überraschender Weise die sichtbaren und messbaren Eigenschaften des betreffenden Stoffes. So stellt dieses Modell die bekannte Nylonfaser dar. Die kettenförmige Anordnung der Atome spiegelt sich wieder in der faserigen Natur des Produktes. Hier das Modell für eine andere Verknüpfungsweise. Bei ihr bilden die Atome besonders feste, kovalente Bindungen in einer Ebene, also zweidimensional aus. Dies ist der Grund für die Blättrigkeit solcher Stoffe, wie hier zum Beispiel bei Glimmer. Und Diamant, hier an der Spitze eines Schneidwerkzeuges, verdankt seine extreme Härte gleichartig festen Bindungen zwischen Kohlenstoffatomen in allen drei Raumrichtungen. In der Praxis werden Industriediamanten ungeachtet ihres hohen Preises überall dort eingesetzt, wo eine besonders anspruchsvolle Materialbearbeitung zu erfolgen hat. Hier ein Beispiel aus der Motorenfertigung. Mit solchen diamantbesetzten Drehwerkzeugen werden Lagerbohrungen von einer Oberflächengüte hergestellt, wie sie rationell auf keine andere Weise erzielbar wäre. Chemie heißt aber auch danach zu fragen, warum sich die Atome eines bestimmten Stoffes, hier die von Natrium, mit den Atomen eines zweiten Stoffes, in diesem Falle Chlor, in einem bestimmten Verhältnis miteinander umsetzen. Bei der Reaktion, die Sie hier in einer zeitgerafften Filmaufnahme beobachten können, entsteht Natriumchlorid, also ganz gewöhnliches Kochsalz. Langsam aus einer Lösung auskristallisiert, kann Kochsalz solche schönen Würfel bilden. Diese Kristallform rührt daher, dass die atomaren Bausteine, Natriumionen und Chloridionen, regelmäßig zu einem Gitterverband zusammentreten. Nun sind Atome freilich kompliziertere Gebilde als die Kugeln unseres hier eingeblendeten Modells. Dazu hatten wir Ihnen im zweiten Abschnitt unserer Sendereihe gezeigt, dass die Atome aller Elemente einen positiv geladenen Kern besitzen. Er füllt nur einen winzigen Raum im Atom aus, dennoch ist in ihm praktisch die gesamte Masse des Atoms verdichtet. Umgeben wird der Kern von einer Hülle aus negativ geladenen Elektronen. Die Aufenthaltsräume der Elektronen lassen sich näherungsweise berechnen und mit solchen Dichtebildern bis zu einem gewissen Grade auch anschaulich darstellen. Zahl und Verteilung der Elektronen charakterisieren die Atome eines jeden Elements. Diese Kenntnis führte uns letztlich zu einer Art Weltkarte der Chemie, zum Periodensystem der Elemente, das wir Ihnen hier in einer verkürzten, das heißt auf die Hauptgruppenelemente beschränkten Form noch einmal aufgestellt haben. Für den Chemiker ist das Periodensystem eine immer weiter ausschöpfbare Informationsquelle, die Auskunft darüber gibt, welche Elemente miteinander reagieren oder reagieren könnten, wie sich dabei die Elektronen ihrer Atome neu verteilen und welche Eigenschaften die neuen Verbindungen haben. Wie es aber zur Bildung neuer Stoffe kommt, das heißt über den Weg dahin, über die chemische Reaktion, über all das haben wir bisher kaum Näheres gehört. Nehmen wir noch einmal dieses Experiment, bei dem in Wasserglas Körnchen einiger Metallsalze geworfen wurden und da wächst nun ein regelrechtes chemisches Gärtlein heran. Was ist nun eigentlich die Triebkraft, die solche eigenartigen Gebilde wachsen lässt? Was beeinflusst die Geschwindigkeit eines chemischen Vorganges? Und schließlich drittens, wie lassen sich solche Reaktionen anstoßen oder gar erzwingen, die anders als diese von selbst überhaupt nicht anlaufen? Bevor wir diesen Zusammenhängen nachgehen, lassen Sie mich bitte noch ein paar allgemeine Worte zu unserem Studienprogramm Chemie machen. Alle Mitarbeiter an dieser Reihe bemühen sich, Ihnen in den Sendungen ein vielfarbiges und interessantes Bild von der Chemie zu zeichnen, vor allem natürlich mit dem Ziel, auf Ihrer Seite Freude und Verständnis für diese Naturwissenschaft zu wecken. Da dies in einer überschaubaren Zahl von Sendungen geschehen soll und natürlich auch muss, ergibt sich notwendigerweise oft eine dichte Folge farbiger Bilder. Sie bedeutet aber eine Gefahr. Was man nämlich glaubt, auf Anhieb verstanden zu haben, erweist sich in der Erinnerung häufig als noch ungenügend verankert. Für uns einer der Gründe dafür, diese Sendungen von vornherein im Medienverbund anzulegen. Zu jedem der drei bisherigen Abschnitte ist im Buchhandel ein Begleitbuch erhältlich. Und so möchten wir allen ernsthaft Interessierten unter Ihnen empfehlen, sich möglichst anhand des zugehörigen Buchkapitels auf eine Sendung vorzubereiten, sich diese ein- oder auch zweimal anzuschauen und hinterher den Stoff noch einmal nachzulesen. Doch damit zurück zu den heute neu angeschnittenen Problemen für den dritten Teil unserer Reihe. Den Anfang macht eine im Grunde simple Frage. Was sind wesentliche Kennzeichen einer chemischen Reaktion? Hier setzt sich unter Feuererscheinung das Gemisch zweier Elemente, nämlich von Aluminium und Schwefel, zu einer chemischen Verbindung um. Der Reaktionsablauf ist am fortschreitenden Feuerfront erkennbar und erinnert an das Abbrennen einer Zündschnur. In der Formelschreibweise des Chemikers ausgedrückt, verbinden sich je zwei Atome Aluminium mit je drei Atomen Schwefel zu Aluminium-Sulfid von der Zusammensetzung Al2-S3. Wegen der enormen Reaktionswärme erscheint es zunächst als glutflüssige Lava, die beim Abkühlen bald erstarrt. Aber auch in Lösung lässt sich leicht nachweisen, wie bei einer chemischen Reaktion Stoffe verschwinden und neue entstehen und dass dabei ein Energieumsatz stattfindet. Dafür wird hier Salzsäure einer ganz bestimmten Konzentration hergestellt und mit etwas Phenolphtaliin-Lösung als einem Indikator versetzt. Der Einsatz eines Magnetrührers soll bei der eigentlichen Reaktion für eine ständig gute Durchmischung sorgen. In die Säure tauchen jetzt die Elektroden eines Leitfähigkeitsprüfers. Die Ausgangstemperatur im Versuchsansatz beträgt 22,8 Grad Celsius. Nun wird aus einem Vorratsgefäß Natronlauge gleicher Temperatur mit Hilfe einer Dosierpumpe Tropfen für Tropfen in die vorgelegte Säure überführt. Gleichzeitig wird die Leitfähigkeit laufend von einem Schreiber registriert. Ihre Änderung spiegelt wieder, wie im Verlauf der Reaktion mehr und mehr Säure verbraucht, das heißt neutralisiert wird. Genau am Neutralpunkt schlägt der Indikator nach Rot um. Auf weiteren Laugezusatz reagiert die Lösung nun zunehmend basisch. Neben dem Stoffumsatz ist die Neutralisation aber auch von einem Energieumsatz begleitet. Die Temperatur ist von 22,8 inzwischen auf 23,3 Grad Celsius angestiegen. Zwei Teilantworten haben wir jetzt auf unsere vorhin gestellte Frage. Chemische Reaktionen sind zum einen charakterisiert durch Änderungen in der Zeit, das aber heißt nichts anderes als durch eine bestimmte Reaktionsgeschwindigkeit. Und zweitens gehen mit chemischen Reaktionen immer Energieumsätze einher. Das heißt, stellt man Energiebilanzen auf, so sind sehr präzise Aussagen über die Triebkraft einer chemischen Reaktion möglich und darüber, zu welchem Endpunkt sie führt. Schauen wir uns nun im Folgenden noch einige weitere Reaktionen an. Wir wollen beurteilen lernen, an welchen Systemen sich Reaktionsabläufe gut messen lassen. Chemische Reaktionen sind dann besonders augenfällig, wenn zum Beispiel in einer klaren Lösung ein fester Stoff entsteht. Hier wird in einer Küvette zur Fixiersalzlösung Salzsäure zugesetzt, die Lösung also angesäuert. Die Küvette steht im Lichtkegel einer Bogenlampe, deren Intensität den ganzen Versuch über nicht verändert wird. Durch saure Zersetzung des Fixiersalzes beginnt in der Lösung jetzt die Ausscheidung von festem Schwefel. Und zwar in allerfeinster Form als sogenanntes Koloid. Die Teilchen selbst sind unsichtbar klein, doch wird an ihnen das von rechts her eingestrahlte Licht in alle Richtungen gestreut. Was wie eine Zunahme der Beleuchtungsintensität aussieht, ist in Wahrheit die Zunahme und das Wachsen der Koloiden Teilchen in der Lösung. Das Umgekehrte geschieht bei diesem Versuchsansatz. Die deutlich sichtbare, koloidale Trübung rührt von Silberchlorid her, einem in Wasser schwer löslichen Salz. Die Zugabe von Fixiersalzlösung beseitigt das Silberchlorid. Die Trübung verschwindet mehr und mehr. In der Lösung wirbeln schließlich nur noch eingerührte Luftblasen umher. Bei den beiden eben nacheinandergezeigten Reaktionen wird die Geschwindigkeit davon bestimmt, wie sich die Zahl der Phasen verändert. Im einen Fall verschwindet ein fester Stoff. Im anderen, hier rechts, wird eine feste Phase neu gebildet. Das Reaktionsgeschehen ist jeweils an der Änderung der Lichtstreuung gut zu verfolgen. Gleich zwei neue Phasen entstehen beim Vermischen dieser beiden Flüssigkeiten. Nämlich einem hochmolekularen, dickflüssigen, mehrwertigen Alkohol und einem reaktionsfähigen, sogenannten Disoceanat. Außerdem enthält der Ansatz von vornherein eine genau berechnete kleine Menge Wasser. Es reagiert mit einem Teil des Disoceanats, wobei gasförmiges Kohlendioxid freigesetzt wird. Gleichzeitig läuft eine Vernetzungsreaktion zu einem sogenannten Polyurethan ab, wobei die Masse immer zäher wird. So treibt das Ganze zu einem Schaum auf, der zu einem berechenbaren Zeitpunkt erstarrt. Der Vorgang ist ein Beispiel für das, was der Chemiker als heterogene Reaktionen bezeichnet. Der ursprünglich flüssige Versuchsansatz hat sich in ein technisch hochinteressantes System fest gasförmig verwandelt. Bei der industriellen Massenproduktion von Polyurethanschaum werden die beiden Komponenten getrennt einem Mischkopf zugeführt, der das Reaktionsgemisch gleichmäßig auf eine sich langsam fortbewegende Papierbahn aufspritzt. Während des Transports entwickelt sich der Schaum auf dem Band und härtet aus. Am Ende der Strecke wird er in große Blöcke geschnitten. Diese kommen bis zur endgültigen Verarbeitung für einige Zeit in ein Zwischenlager. Nun sind heterogene chemische Reaktionen, wie beispielsweise die Bildung solcher Polyurethanschäume, äußerlich leicht zu verfolgen. Doch liefert die Geschwindigkeit solcher Reaktionen kaum Aufschluss darüber, was im molekularen Bereich eigentlich geschieht. Und so sind die meisten Messmethoden des chemischen Labors auf homogene Systeme zugeschnitten. Systeme also, bei denen im Verlauf der Reaktion keine Änderung der Phasen auftritt. Chemie ist das, was knallt und stinkt. So wollen ja immer wieder viele die Chemie gern definieren. Zugegeben, Effekte wie diese sind schon irgendwie sehr typisch chemisch, aber mehr für das Experimentieren und gewiss nicht für das Produzieren. Und dann verlaufen bezeichnenderweise gerade diese Reaktionen in der atomaren beziehungsweise molekularen Dimension dermaßen kompliziert, dass sie sich zum Beispiel mit einfachen Zeitgesetzen gar nicht erfassen lassen. Und so ist es nicht weiter erstaunlich, wenn der Chemiker entgegen der landläufigen Meinung über seine Wissenschaft weit weniger spektakuläre Reaktionen auswählt, wenn er die Gesetzmäßigkeiten chemischer Vorgänge entschlüsseln und beschreiben will. Und dann ähneln die Experimente mehr dem Folgenden, indem das Entstehen beziehungsweise Verschwinden einer Substanz anhand ihrer Farbe mengenmäßig, also quantitativ ermittelt wird. Solche Spektralfotometer sind im Laboratorium ein unentbehrliches Hilfsmittel, um die Farbigkeit von Stoffen ex-act zu ermitteln. Das Messprinzip ist der Intensitätsvergleich an zwei zunächst gleichen Lichtstrahlen in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Die zu untersuchenden Substanzen kommen gelöst in Küvetten von bekannter Schichtdicke. Zur Messung wird jeweils eine Küvette in einen der beiden Lichtstrahlen, in den sogenannten Probenstrahl, gestellt. Der farbige Stoff verschluckt, das heißt absorbiert, Teile des einfallenden Lichts. Die relative Schwächung zum Vergleichsstrahl wird registriert. Die Kurve, wie sie hier der Schreiber aufzeichnet, ist also das Auslöschungsspektrum, das die untersuchte Lösung im Bereich des sichtbaren Lichts besitzt. Warum diese Substanz dem Auge rot-violett erscheint, verrät ihr Absorptionsspektrum im Vergleich zu dem von weißem Licht. Das Maximum der Absorption liegt im Spektralbereich von Gelb. Was das Auge sieht, ist der nicht verschluckte Rest, die sogenannte Komplementärfarbe. Nun wird die Lösung mit Wasser auf die Hälfte verdünnt. Eine Probe davon kommt in eine Küvette von der gleichen Schicht Dicke wie vorher. Es soll nun wieder das Absorptionsspektrum aufgezeichnet werden. Diesmal sind die Auslenkungen der Kurve nur halb so hoch, wie die im ersten Durchgang registrierten. Für eine dritte Messung wird die verdünnte Lösung nun in eine Küvette von jetzt aber der doppelten Schicht Dicke gegeben. Der Schreiber zeichnet eine Kurve, die voll und ganz der zuerst erhaltenen entspricht. Also ist die Auslöschung nur abhängig davon, wie viele Moleküle der Lichtstrahl auf seinem Weg durch die Lösung antrifft. Oder mathematisch ausgedrückt ist die Extinktion E proportional der Konzentration C mal der Schichtdicke D. Dies ist das sogenannte Lambert-Beersche-Gesetz. Treten bei chemischen Reaktionen durch Bildung oder Zerfall eines Stoffes Farbänderungen auf, so können diese viel genauer als mit dem menschlichen Auge und selbst noch in Wellenlängenbereichen, für die es gar nicht empfindlich ist, mit einem Spektralphotometer exakt vermessen werden. Dazu wird von der Untersuchungssubstanz zunächst das gesamte Absorptionsspektrum durchgefahren. Dabei registriert das Gerät, wie viel Licht jeder einzelnen Wellenlänge zu jedem Zeitpunkt von der Lösung aus dem Probenstrahl verschluckt, d.h. in ihr ausgelöscht wird. Dann wird für die sich anschließenden Messungen einer charakteristischen Stelle dieses Spektrums meist ein Maximum ausgewählt. Der eine der beiden Reaktionspartner befindet sich jetzt bereits in der Küvette. Der zweite wird rasch zugegeben und vermischt. Die eigentliche Messung läuft an. Der Kurvenverlauf lässt erkennen, dass bei der Reaktion der farbige Stoff zunächst rasch und dann immer langsamer verbraucht wird, bis schließlich die Nulllinie erreicht ist. Dort scheint die Reaktion zu einem Ende gekommen zu sein. Zur Auswertung der erhaltenen Kurve wird zunächst der Zeitpunkt bestimmt, an dem nur noch die Hälfte der ursprünglich vorhandenen farbigen Substanz im Reaktionsgemisch vorgelegen hat. Die Zeitspanne bis dahin heißt Halbwertszeit. Nach einer weiteren Halbwertszeit ist die Konzentration wiederum auf genau die Hälfte der bis dahin vorhandenen zurückgegangen. Und so fort. Ohne Zweifel folgt also die chemische Reaktion einem Zeitgesetz. Es ist übrigens dasjenige, das vielen Wachstums- und Zerfallsprozessen zugrunde liegt. Aber auch das Auslaufen eines Wasserbehälters ist einzig abhängig von der jeweiligen Füllhöhe. Und so folgt auch der Wasserstand, hier abgegriffen von einem Schwimmer und auf einen abrollenden Papierstreifen aufgezeichnet, diesem einfachen Zeitgesetz. Ein solcher zeitlicher Verlauf einer chemischen Reaktion ist das sichtbar gewordene Abbild von Prozessen, die sich gleichzeitig und in einer unvorstellbar großen Zahl zwischen einzelnen Molekülen abspielen. Soll nämlich eine chemische Reaktion zustande kommen, so müssen die Reaktionspartner, also die Moleküle, sich zunächst in einer ganz bestimmten Weise einander begegnen. Dabei müssen sie auch über hinreichend viel Stoßenergie verfügen, um reagieren und Moleküle eines neuen Produktes bilden zu können. Zahl, Art und Heftigkeit der Stöße bestimmen die Geschwindigkeit, mit der eine chemische Reaktion abläuft. Das wird das Thema unserer nächsten Sendung sein. Darin werden wir die etwas theoretisch trocken erscheinenden Zeitgesetze aber an so interessanten Beispielen wie diesem zeigen, dem Zerfall einer chemischen Substanz unter gleichzeitiger Aussendung von kaltem Licht. Danach werden wir uns genauer mit der Bedeutung auseinandersetzen, die der Energiebegriff für chemische Systeme besitzt. Denn wann immer Stoffe chemisch miteinander reagieren, wird entweder Wärme verbraucht oder wie hier bei dieser kleinen Demonstration Wärme freigesetzt. Und so werden wir lernen, die Wärme regelrecht als einen Reaktionspartner anzusehen und zu benutzen. Danach wird ein weiteres Thema von zentraler Bedeutung für die Chemie folgen. Das chemische Gleichgewicht. Damit wird die Situation gekennzeichnet, bei der zwischen Reaktionspartnern nach einiger Zeit kein äußerlich messbarer Stoff- und Energieumsatz mehr stattfindet. Solche Gleichgewichte können allerdings durch den Reaktionspartner Wärme verschoben werden, und zwar umkehrbar. Um aber Gleichgewichte und die Reaktionen dahin wirklich genau beschreiben zu können, werden wir einen fundamentalen Begriff kennen und verstehen lernen müssen, und zwar die Entropie. In einem Vielteilchensystem beschreibt sie und ist sie ein Maß für Ordnung beziehungsweise Unordnung. Nur Vorgänge, bei denen die Unordnung insgesamt zunimmt, können in der Realität von selbst ablaufen. So löst sich eben Würfelzucker von selbst in Wasser auf. Denn seine Moleküle verteilen sich freiwillig in einen großen Raum. Das Umgekehrte beobachten wir nie, dass sich in dieser Lösung alle Zuckermoleküle spontan zusammenlagern und ordentlicher Würfelzucker dabei wieder herauskommt. Nur als Trick ist das im Film oder im Fernsehen möglich. Und so werden wir uns hier im ZDF-Studienprogramm Chemie im dritten Abschnitt das Rüstzeug verschaffen, mit dem sich der Ablauf chemischen Geschehens quantitativ erfassen lässt. Bis hin zur entscheidenden Frage, wie wird in Organismen Energie für Lebensvorgänge aufgenommen, gespeichert und wieder abgerufen, und wie wird Information gespeichert und verteilt. Ich glaube, schon in diesen kurzen Streiflichtern zum Inhalt der kommenden Sendungen spiegelt sich der neue Aspekt wieder, unter dem wir hier die Chemie übergreifend darstellen wollen. Dabei gilt es, eine entscheidende Lücke zu schließen, nämlich Erkenntnisse darüber zu erhalten, wie ein wirkliches chemisches System, das im Grunde ja aus unendlich vielen unabhängigen Teilchen besteht, reagiert oder reagieren kann. In der nächsten Sendung werden wir einen weiteren Schritt in diese Richtung tun. Das Thema erwähnten wir vorhin schon, die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen. Und damit für heute auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. drach. Untertitelung des ZDF, 2020